Jo Leute, dazu da ein Mikrofon und ich zeige euch einen Trick um Platz 38 der NPCs freizuschalten und zwar Bigfoot. Ihr geht zu Bunker Johnnessy und fragt ihn in der Nähe Bigfoot auftecken und das kauft ihr euch für 100 Goldbarren. Dann seht ihr wo Bigfoot sich befindet und ihr seht es ist nicht immer Weeping Woods wie in meisten anderen Videos vermutet wird. 778 Meter, ihr setzt euch am besten einen Punkt in die Nähe, wo ihr auch ungefähr wisst, dass die Entfernung ist, weil bei mir der Marker verschonten ist, wo Bigfoot ist und war dann froh, dass ich wusste in ungefähr welcher Entfernung er da war. Ja, dann folgt ihr euren Punkt und wartet bis irgendwann diese Sprechblase mit drei Pünktchen auftaucht und läuft da hin. Und ja, dann findet ihr ihn. Bei ihm könnt ihr dann einen Fisch kaufen für 100 Gold und könnt euch damit rum beamen, weil dieses gibt es sonst nur bei diesen Diamanten in der Mitte in der Wüste. Und ja, wie gesagt, Bigfoot spawnt immer woanders und ihr habt eigentlich fast unmöglich keine Chance. Ich bin zehnmal bei Weeping Woods gelandet und habe ihn nicht gefunden und ja, hab dann mal Bunker Johnnessy gefragt und so ging es dann viel schneller. Also er droppt keine besonderen Waffen und ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Lass ein Abo da und einen Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!